Prinzipiell zum Tagesablauf. Wir haben heute ungefähr 8 Spiele geplant für euch. Das Spiel dauert zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Das erste Spiel heißt Money Deposit. Ganz einfach, folgendermaßen. Ein Team spawned im Army Camp, ein Team spawned im Strapyard. Ungefähr hier, wo ich jetzt stehe, ich sage aber nicht genau wo, aber ungefähr hier wird dieser Koffer liegen. Der wird leer sein. Jeder von Team Blau und Team Rot wird einen Chip bekommen. Die blauen Chips für alle von Team Blau, die roten und schwarzen Chips für alle von Team Rot. Jeder bekommt einen Chip und es darf immer nur ein Chip pro Mann oder Frau sein. Ziel des Spiels ist es, den Koffer hier zu finden und dann die Chips der eigenen Farbe in die jeweilige Reihe zu legen. Das Team, was nach 30 Minuten mehr Chips deponiert hat in seiner Farbe, gewinnt. Ganz einfach, oder? Gibt es Fragen dazu? Er muss genau so sauber in der Reihe liegen. Wenn du ihn wirbst und er landet dann genau so, dann zählt es. Jeder Spieler bekommt einen Chip vom anderen. Jeder Spieler bekommt einen Chip, der wird auch nicht weitergegeben. Immer nur ein Chip pro Person, ganz genau. Es wird noch nicht die Chips, die drinnen liegen, da seien die geblüht oder der Koffer versteckt. Spawnregelung ist ein Fünfer-Spawn. Fünf. Das heißt, wenn fünf Leute beim Spawn sind, dann gehen alle fünf wieder rein. Ich glaube, glaube ich. Vielleicht schön. Hey, das helfen wir auch. Was, Patrick? Warum braucht es noch was? Oh, ja, 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 ja. Ich kann. Nein, das können wir nicht. Diejenigen, die nach Kronen müssen, gleich zum Omen zur Kronen-Station gehen! Ah, mein Gewehrschutz. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Wir müssen nach Kronen-Fahr. Herr Martin, macht ihr die Seiten damit zu? Da soll ich, da geht nicht. Ah, okay. Nicht. Okay. Frank, hier muss. Ja. Geh mal. Ich höre, du bist aufgrund seinen Rücken. Ja. 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 Ja, da hinten. Ja, ja, ich sehe schon die Hand von ihm. Ja. Einfach nur die Münze rein. Wenn man wegkommt, dann scheißegal. Habt ihr doch die Münze so viel. Ja, hat noch eine Münze. Ich. Ich. Ja. Ja. Du auch? Ja, ich bin natürlich. Achso, ich habe schon meine Abteilung. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ah! 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 Ich habe immer gerade... Der eine ist weg. Ah! 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 Sie müssen jetzt was tun. Wir müssen weiter fahren. Ah! 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 Schnell, schnell, schneller, runter, 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 okay, komm her, warte, warte, ich muss den Jeep rausnehmen. Echt, das ist nicht normal, so höre ich das. Genau, ohne aus dem Schaum zu freien. Danke, dass das nicht mehr. Ich komme knapp zu mir her, ich stehe Mitte auf. Mit den Füßen in Deckung bleiben. Ja, ja. Geh Hocker. Ja, bin ich und. Okay. Aufgehaufen, los. Gut, pass auf. Schnell, geh zu einer, geh zu einer. Gut, sag ja. Das ist rot, ja. So, rot. Komm schon. Raus, runter. Rote Jeeps! Rote Jeeps her! Vorwärts, das ist frei! Einfach rennen! Rennen, rennen, rennen! Der ist schon draußen. Vorwärts! Vorwärts, her, her, her! Komm her, du hast den Jeep. Ja, ja, ja. Ich muss auch, ich muss auch. Ja! Hit! Aufstehen, ausstehen! Rote Jeeps! Rote Jeeps! Rote Jeeps! Rote Jeeps! Rote Jeeps! Lasst sie hin! Ja, ja, sehr gut. Rote Jeeps! Rote Jeeps! Rote Jeeps! Rote Jeeps! Rote Jeeps! Rote Jeeps! Hit! Rote Jeeps! Rote Jeeps! Ja im Turm Huckenböcher. Müssen wir zuerst einnehmen wieder. Alter. Schauen wir mal raus. Ganz oben bei der Hütten, schaut da links aus dem Weg aus. Hütten, sauber. Was, gehen wir in der Burg weg und? Die Burg ist unten vorne, da im ersten Haus sitzt einer drin, oben in der Burg hucken zwei, am Ende außen hockt oben einer und links hinten hinter der Waffenhütten hängt auch noch einer. Einer im Haus vor der Burg? Turm, vor dem Haus, genau das erste, das du da jetzt siehst. Jetzt 12 Uhr. Er ist jetzt weg, okay. Dann sind jetzt oben in der Burg noch zwei und links hinten sind noch mal zwei, drei. So, ja okay, der erste ist oben jetzt auch weg. Ach so, ist der Game, okay. Passt. Ich brauche. Ja, kannst alles. Aufzeigen, gegen jede Gruppe. Du? Wenn ein Scharmschützer allein ist, meine Gruppe könnte ein Scharmschützer brauchen, aber das wird schon passen. Spielst du mit deinem Team oder spielst du auch? Das ist auch ein Spielmesser, solange ich zwischen mir immer dazu, wo was passiert. Schauen wir das Witz auf, läuft. Passt. Passt. Da steht's. So. Fängt man links? Schauen wir links um einmal, oder? Wo sparen die anderen? Die anderen kommen da durch. Ah, okay. Eben. So, aufpassen, dass ich nicht auf voll Auto gelassen habe. Wo hucken sie denn? Sieht sie wen? Ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Schauen wir, das wird nach rechts umgekommen, weil wir lüftiert eh nach ein paar Plätze. Ich wollte gerade sagen, ich schaue lieber so was. Ich lebe sie vorne in der Zone 2. Was sehe ich? Das ist richtig gescheit. Nein, du siehst über die Gräser siehst nichts. Probieren wir es mal durch die Gräser drüber. Das ist so beschissen, du siehst da nichts. Ja. Gehen wir an den Friedhof, oder? Ja, gehen wir über den Friedhof. Probieren wir uns über den Friedhof nochmal. Da ist es gut. Rechts und ruf, da ist es an der Drache. Es ist nur freie Handkappen. Ich habe keine Bewegung im Rechtsumgang. Ich gehe gerade weg. Ich gehe gerade weg. Die können vielleicht vorfischen, wenn die jetzt weggehen. Robert, guck mal, was wäre es vielleicht wert. Bei der blauen Fahne gibt es einen Scharfschützen. Hast du ihn? Ja, ich habe zwei am Weg. Roter Fahne, einer. Roter Fahne Okay, okay. Wir sind drauf. Wir sind drauf. Ist rechts da noch? Nein, gerade drauf. Nein, rechts drauf. Nein, rechts drauf. Nein, rechts drauf. Okay. Woo!